Dr. Peter Hain, international renommierter Mediziner, der bisher nicht beachtete Ursachen von Bluthochdruck und Herzkrankheiten unter einer kardiologisch-ganzheitlichen Sicht erfasst. Immer steht der gesamte Mensch mit seiner Lebenssituation und Krankheitsgeschichte im Mittelpunkt. Dr. Hains Forschungsergebnisse und Entdeckungen sind bahnbrechend und bieten Millionen von Betroffenen schonende Möglichkeiten zur Diagnose und Therapie. Ob Volumen-EKG, modernste Methoden des Ultraschalls, spezielle Blutuntersuchungen oder die Blutvolumentherapie, Dr. Hain behandelt Krankheitssymptome und Menschen individuell. Einem leistungsfähigen und vitalen Patienten interessiertes Gesundheitssystem sollte Dr. Hains zukunftsweisende Methoden und Erfahrungen kennen und zur dringend notwendigen Kostenreduktion nutzen.